So, dann versuchen wir es mal, ob unser Mikrofon hier an dieser Stelle Empfang hat. Ich hoffe sehr, wir sind direkt hinter der Startstelle, aber ich finde, es klingt ganz gut. So, alle sind bereit für das letzte Rennen in München. Patrick Gibson, du natürlich auch, bist auf der 2 hier unterwegs. Was mich interessiert, Action Please, das wird das letzte Rennen von Action Please. Das heißt, was werdet ihr jetzt gleich machen? Ja, hoffentlich auf jeden Fall gesund nach Hause kommen und wenn dabei noch was rausspringen, wäre es ja auch so schöner. Dann drücken wir euch jetzt ganz fest die Daumen, die Pferde sind an der Hand. Der Starthelfer und wir sehen natürlich jetzt auch die Vorbereitung bei den Reitern, dass die Rennbrillen runtergeklappt werden und vieles mehr. Martin Seidel mit der Programm Nummer 9, der wird gleich einrücken. Jetzt kommt auch schon die 6 hier heran und dann geht es Schlag auf Schlag. Pusamu Zabariv sehe ich Lili-Marie Engels, die auf Luviana unterwegs ist. Die wird auch als nächstes hier herangeführt. Und wir wollen auch vielleicht noch mal ganz kurz, kurz vor dem Rennen Sibylle Vogt befragen. Björn, Divine, Sibylle, schaffen wir noch einen Sieg? Oh, ich glaube, heute wird das schwer mit dem. Ich habe wie immer eine freie Hand bei Scharker. Ich versuche heute mal ein bisschen weiter vorne mitzugehen, aber auf das Klapp werden wir sehen. Alles klar, dann drücken wir euch jetzt die Daumen. Die letzten Augenblicke bevor dieses achte Rennen hier startet. Auf Wiedersehen am 1. Mai 2021. Unsere 4 ist hier auch noch. Winona aus dem Quartier von Werner Glanz hinter der Startstelle. Und damit sind es, wenn ich mich nicht verseht habe, nur noch drei Kandidaten. Und ich begebe mich schon mal so allmählich zu unseren Starthelfern. Denn wenn die Pferde jetzt gleich abspringen, dann muss es natürlich einmal laut ertönen. Wir sehen, dass Halali, die Kamera fängt hier gerade auch noch mal in der Abendsonne die Kandidaten ein, die hier einrücken für das große Saisonfinale dieser Rennsportsaison in München-Riem. Wieder mal mit zwei großartigen Gruppe 1-Rennen und vielen weiteren. So, unsere Jockeys dürfen auch mitmachen mit Halali. Ihr könnt mich ja gut hören. Wenn ihr abspringt, will ich ein Halali hören von euch. Nee, nicht Halihallo, sondern Halali. So, also ich halte das Mikrofon jetzt gleich hin. Es ist das letzte Rennen von Action, please. Pferd ist drin und Achtung! Spannende Richard Pferd ist drin, Achtung! Spannende Richard